Berlin Berlin feierte wohl das schönste, strahlendste Wochenende seit 25 Jahren. Und die Bahnen fuhren auch wieder. Am 9. November 1989 fällt die Mauer. Die Mauer 167,8 Kilometer lang und 3,60 Meter hoch. Nach 28 Jahren, zwei Monaten, 28 Tagen hat sie ihren menschenverachtenden Zweck verloren. Die Zahl der Mauertoten ist laut einer Studie der Arbeitsgemeinschaft 13. August auf 1791 Opfer gestiegen. Das sind 71 mehr als bislang angenommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017